So, zurück im Whitecap Bay. Echt? Jo, hab ich doch nie gerade gelesen. Während der stundenlangen Pause. Ach so. Hier jetzt? Ja eigentlich müsste das doch hier kaputtieren oder so. Da, 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 da. Ah Salaman. Der Salatner. Schwarz. Salaman. Zünd das an Salaman. Für das übelste Rampanage. Bring trotzdem nichts. Ich glaube wir müssen das andere Mal machen. Ja, das könnte sogar stimmen. Ja, ich weiß, weiß, was krankotzt. Ja, ich hab's gesehen. Ich steh direkt davor. Schwarz. Schwarz. Go, go, go. Salamaniiiiii. Sing mal lieber das 24 Stunden Liede. Ja, und jetzt können wir hier auch. Ich bin hier fast 18. Jetzt kannst du den angucken und bin wieder gesünder auf so'n Boot aus. Guck diese Menschen da an. Ist das true. Jetzt wird was Sperm umgebracht. Ich glaub ich muss das im Auge drücken. Wird Sperm davon, der verzaubert. Vergewaltigt, bitte. Ich hab'n da mal im Kino gesehen. Ach, okay. Da? Hallo, schau. Was war da ne Orgel? Ne, Zähne. Da war gar kein Schwein in der Serie. Oh nein. Schwein ist aber nicht so der Held. Bambi! 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 Das müssen wir jetzt machen. Salamaaaan! Salamaaaan! Oh, da ist ne Mega-Frau. Da ist Zaro, man. Da ist Zaro, man. Da ist Zaro, man, ne Mega-Frau. Oh, scheiße! Wie vergewaltigt mich? Oh, ah! Oh! Du hast die einfach zu feuert. Geh da hinten, Sparrow! Bambi! Bambi! Okay. Was mach ich jetzt hier oben? Du musst da rudern. Au! Okay. Können diese leuchtenden Dinger von Mei um Frauen zerstört werden? Ja. Das würde für mich keinerlei Sinn ergeben. Du kannst heben und dann wird das da hochgedödelt. Yeah. Und haben die irgendwie mal Ruder. Ja, das ist früher super. Nee. Nein, nein, nein. Dann war es alles noch ohne. Oh! Oh, dann schält die Kiste. Okay. Lass es mal rein. Dann komm mal, hier kommt die Kiste aus der Scheiße her. Du musst dich zu vergewaltigen, du reichwarrer. Du reichwarrer, 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 du reichwarrer. Was denn? Komm du! Komm. Die sind spivasiert ja auf zu schälen. Vielleicht måste ich mit soon Peking Typen hierüberfahren. Ohja, was grade... Ruhige ist die genauer! Ich kann ja die plötzlich tragen. Und Luke. Jack kann einfach... ... South Valley. Jack kann einfach so schwimmen gehen. Wir müssen mal rundherum Wasser gehen, vielleicht ist da noch was. Nö. Doch. Kann man nicht haben. Doch. Okay. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein. Oh nein. Du hast mich abgelehnt. Toll. Oh Leute, ich kann das Geschiss da oben rumstellen. Was Glück. Geh weg, du Flitzpiepe. Geh da wieder hoch, du holes Geschiss. Nö, ich will erst... Nein, das ist da hoch. Dann tauchst du jetzt. Geh da hoch. Ist doch nicht besonders geil. Ja, vielleicht irgendwas cooles in das Deck. Easter Egg. Ja, die dachten sich, boah, das war ein Affen. Irgendwo, weil die Weltfrauen coole Easter Eggs unten ins Wasser setzen. Ja. Ist genau das, was ich auch als Spielentwickler machen würde. Ja. Ich muss eine Tour mit dem Licht sprengen, leider. Ach was. Ich dachte du hast einen Film gesehen. Nö. Oh, der hat da nicht so Spielentwickler gehalten. Oh, es geht los, wow. Oho. 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 wo war das gar nicht? Hey, da haben die die ganze Inselszene weggelassen. Ja. Da sind die noch stundenlang rumgerannt. Hä? Um die einzufangen? Da ist Hector. Kommt der Hector mal her. Hector? Kann man erst danach? Ja. Mit Gips. Ah. Und tot. Das ist einfach so zu fett. White cat's bad. Das war durchlaufen. Das war nicht so hetzt. Das ist witzig hier. Ich renne doch gar nicht durch mal. Unchecker. Ich bin jetzt halt nicht mehr lang. Uah. Schon wieder.